kraftvolle pistole wird einmal wie viel machte damage 1100 die macht zu wenig so was wir jetzt verkaufen ist ermüdender bo das ist schrott und zwar die weniger damage macht das ist die betäubungs machete die fliegt und die wärmer upgraden das wird sicher geil werden die die wir damage machen nicht kaufen so wurf mit der fackeln munition schaue hammer und pistolen munition bei ok haben wir auch so dann kaufen wir medik jetzt und diesmal kauf ich gleich große das scheiß drauf haben wir gleich richtiges männerpaket nicht so ein billiges haben wir wirklich genug denke ich das läuft stacheldraht große nagel kaufen ein bisschen was so läuft kann ich mir irgendwo modifizieren wenn man da kriege belohnung eine pistole das ist mit dir warte mal lappen so welche pistole macht jetzt mehr damage 15 10 die auf jeden fall weil die ist schon abgegradet haben wir eine neue pistol so jetzt bräuchte ich etwas zum modifizieren das kriege ich doch wieder nicht gut dann müssen wir den auftrag hier machen bevor jetzt kommen jetzt noch welche oder das okay so was haben wir bereits rund in den tunneau mehr aber sie das wird jetzt da kriege ich die schrotze drüben schrotzen sind immer gut so suche einen weg durch den tunnel einfach runter das gefällt mir nicht gibt es hier eine werkbank da ist doch eine vor meiner nase sag ich doch ich muss doch nur zugreifen sozusagen das nehmen wir mal wo ist denn die werkbank warte mal moment die ist rechts da ist nix oben oder wo ne hier oh ja ich geh ab so viel sprengstoffe also dann dann mal reparieren und jetzt wird es lustig das gibt der mensch leute das gibt der mensch die pistole so upgrade statt 15 10 jetzt macht sie schon mehr der mensch wie die alte oder gleich viel jetzt macht sie noch mal mehr ja die hat ihr habt über 700 der mensch mehr wie die alte läuft so upgrade ist zwar ein teurer spaß aber hey wir haben die money der läuft 1414 schaden da geht die einer weg ich sagste aber ich kann es nicht modifizieren die waffe das ist ein scheiß stacheldraht was machen mit stacheldraht ach so warte mal dann habe ich gift okay und mit molotow ja das ist molotow einfach aber mollis mollis sind immer gut mollis sind immer gut so dann muss ich das nur in die hand nehmen mal mal inventar das nehmen mal hier hallo so also pistole hier hier hallo so geht es in der scha- du kriegst die kriegst sie hier wieso kann ich das nicht dahin jetzt sind das für ein scheiß hier wird springmine aber ich will lieber was geiles haben nämlich mein den schottischen langdolch der schaut doch geil aus da müssen wir ausprobieren den muss man gleich ausprobieren ich brauche ein opfer wo sind hin überhaupt da runter ne wo ist denn das da runter also ich schau mal nur kurz den auftrag an und dann gehen wir da runter ich glaube der auftrag ist geht da runter ne ich müsste das nur zu maya bringen aber ja lass mal das ist glaube ich woanders ne das maya haben wir schon also suche einen weg durch den tunnel ja einfach runter sicher party time hier da wette sicher party time 100 pro oder oder auch nicht okay das party time ist verschoben also was es ist es ist kein bohrrad ist es ist hier ist nichts los hier ist alles friedlich anstellen also muss man drauf bleiben läuft und jetzt ist was suche die fehlfunktion ja mehr licht wäre jetzt nicht so das verkehrte hier falsche richtung scheiße muss hin hier geht es dann nirgends hin was ist das für eine anzeige rechts oder was ach so da rauf ja 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 ok alles rutsche ich fliege wieder runter ich weiß es jetzt schon ah da muss man hin erlitt klärchen auf da die wutzen ratte muss man die lampe wieder aufladen ein bisserl ich wette die stehen wieder auf die piste oh ja gib mir die fucking baby energy drink mhm lecker arschgeigen geradeaus so den werden wir jetzt ausprobieren da bin ich schon geil drauf so komm her boom naja ok ja eine markette ist es jetzt auch nicht gerade aber läuft aber sie hat eine gute attack speed ne attack speed hat sie nice also der geht richtig gut weg warte mal wo geht denn da jetzt lang äh rechts ich gehe gerne auf nochmal sicher dass das zeug da nicht wieder aufstellt warte mal hier ist was ja ja ich bin der da ist strom was nicht gerade lustig ist stehst du wieder auf und meine lampe ist aus guter zeitpunkt für sowas genau jetzt wo ich oh so viel fucking ey ich sollte einfach benutzen dann brauche ich nicht mit der lampe hier spielen was ist das da irgendwas wird schon sein steht hier auf so ich trau denen zu dass sie mir hier Minen irgendwo hinlegen ich sehe nix scheiße meine lampe hat überhaupt keine energie mehr toll eine andere way in aber wo ich wüsste nicht wo ah warte mal hier check schon hoppa hoppa ich sehe nix verfluchte lampe man scheiße da musst du jetzt warten bis die bis der akku wieder aufgeladen ist ich bin der der läuft ne kann man wohl abstauben hier so wir sind drin ich wusste der steht auch oft der stinkt nämlich der stinkt nach backfisch so ich hab die sicherung jetzt gehen wir aber reparieren aber ich muss sagen die waffe ist ein bisschen enttäuschend irgendwie ich weiß nicht sie macht zwar guten damage das schon aber was soll ich sagen haut nicht so richtig rein da geht doch sicher noch was wo jetzt hin ladelampe lade oh party ne dicke fitte party hallo hier da unten boah die hat ne tech speed insofern ist sie gut weil sie ne tech speed wie sau hat auf die nutte die kleine stinkende hässliche wir müssen geradeaus ich will hier raus wer will denn in der kanalisation rumgammeln interessiert doch keinen ehrlich kanalisation ist äh äh ein paar dreh wieder aufladen so sind wir da nochmal unten boah wie tief ist das tief aber läuft steht der ernsthaft wieder auf boah der spritzt blut ist das ein fackel zombie mit waffe extra ungut aber der tech speed von der waffe ist super also so gesehen ist sie wieder klasse wo soll man denn überhaupt hin soll man denn überhaupt hin hä ah ok bumm und aufgeschläzt tür tür das schaut aus wie so'n satellitenscheiß da ne wo muss man hin hier oder naja hier der steht nimmer auf wo ich auch gleich nicht schisser so zur sicherheit gehen wir schauen mal hält die waffe ja eigentlich aushalten tut's da wird ein kleck kaputt zumindest aber ich muss in die andere richtung irgendwie was liegt hier um ah ich hab schon wieder kein licht ah das schaut gut aus von der richtung her da sinkt ein haufen ah der seh nix blöde lampe das ist doch witzfreier hier mit dem aufladen oh das ist ein explodierer das seh ich bis hier stinker so ich sammle mal kurz Energie für die lampe das ist zwar gut gemeint dass da die Energie im ausgeht aber es ist halt nervig ne dass man nicht eine Batterie zum Beispiel einsetzen kann das wäre eine Alternative ich muss eben woanders lang ich seh ja nicht mal wenn ich mal runterfalle so voll kacke mal rauf oder was ja oh scheiße rums hat's gemacht die hatten attack speed der ist ja mal mega nice ich hab mir's überlegt die Waffe ist geil mhm Snickers oh stürme nicht bemessen man das war ein großer der haut die großen weg wie sau geil so wo jetzt darüber müssen wir und zwar nach unten das heißt hier ne hier muss ich lang schwierig wenn du einen weg nimmst so rechts nach unten ne schauen wir uns jetzt kurz hier um ey seh nix na toll das ist ekelhaft das ist doch eklig vielleicht kann man hier was looten aber ich seh halt nix äh hier ist nix da ist auch nix ja läuft nach unten geht's während ich runtergehe kann ich aufladen die Lampe irgendwer sagt mir da unten wartet was auf mich Kekse Kekse sind immer gut da will ich nicht runter das weiß ich aber da werde ich runter müssen oh Fackeln ey die Fackeln sind für Licht da habe ich so das Gefühl warte ich rüste jetzt die Fackeln aus weil das ist doch scheiße so wo haben wir die Fackeln wir haben genug Fackeln und zwar nehmen wir die Stadt statt Minen weil Minen braucht keine Sau ey so Fackeln statt Minen so fertig und das machen wir jetzt richtig so wo muss ich hin da runter so geht es und dann ist es auch erleucht dazu gibt es ja Fackeln man ist ja käsig sonst ja wirklich käsig sonst ne na läuft er ne kann man nicht meckern wo muss ich hin hier oh scheiße oh explodier warte der will ja nicht explodieren oh scheiße weg 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 scheiße so n Arsch boah wichser wir machen wieder mal nen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt nen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020